Beispiel, sei x eine Quelle, die periodisch die Zeichen sendet. Nun soll unter Berücksichtung vorangegangener Zeichen die bedingte Entropie des aktuell zu beobachtenden Zeichens berechnet werden. Die Tabellen beziehen sich auf die obige Beispielzeichensequenz. Die Entropie fällt bei diesem Beispiel umso stärker, je mehr Zeichen berücksichtigt werden. Wenn die Anzahl der berücksichtigten Zeichen hinreichend groß gewählt wird, so konvergiert die Entropie gegen 0. Möchte man den Informationsgehalt der gegebenen Zeichenfolge aus n ist gleich 12 Zeichen berechnen, so erhält man nach Definition iGIS ist gleich nH bei keinem berücksichtigten Zeichen 9,39 Bits Gesamtinformation, einem berücksichtigten Zeichen 8,26 Bits Gesamtinformation, zwei berücksichtigten Zeichen 6 Bits Gesamtinformation, drei berücksichtigten Zeichen 0 Bits Gesamtinformation.